Ja, das gibt es da nicht. Hallo liebe Fans und Nicht-Fans, zumindest Zuschauer vom Entertainment-Blog. Wir befinden uns hier im Foyer des sehr schönen Leipziger Kinos Schauburg. Dresden. Hallo liebe Fans vom Entertainment-Blog. Wir befinden uns hier im Foyer des sehr schönen Magdeburg. Hallo liebe Fans, wir befinden uns hier in Dresden. Dresden, neulich schon ein FDP-Oberbürgermeister, der regiert. Hier, das ist der FDP-Oberbürgermeister von Dresden, gerade frisch ins Amt gewählt. Er hatte schon eine Hauptrolle in 2001 von Static Juppel. Das ist Janko Mantschens, der uns hier in Blüse anschaut. Ich bin der Typ, dessen Name hier steht und wünsche euch viel Vergnügung bei der nächsten Bundestagswahl. Das ist super.